das Prozent um die meine Leuchtkäferchen haben die Fährte gefunden ja das ist gut ich habe noch ein bisschen Spaß ausgabt wohin willst du? den Leuchtkäfer hinterher ok die wissen schon wo es lang geht Leuchtkäfer? ha hallo ich habe es gefunden oh voll ins leere ja danke danke mir ins Gesicht tschau ca nee das Ding macht auch irgendwie mehr Schaden gefühlt Schau ab. Danke Scheiße, jetzt habe ich verpasst, wo du lang gelaufen bist. Oh nein, hier sind die Schildfiecher. Oh, Aua, 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 Aua. Ich bin mal weg. Ciao. Ja. Oh. Nein, ich schärfe jetzt meine Waffe, Bitch. So, jetzt mache ich endlich mal ein bisschen mehr Schaden. Und ich bin wieder auf E gekommen, Michael. Dieses Tutorial, kann man das irgendwie da oben ausblenden? Das geht mir vor auf dem Senkel. Naja, nicht, dass ich wüsste bisher. So wie ich irgendwann, ja. Zum Glück habe ich noch nicht so viele, die mir zuschauen, sonst würden die bestimmt alle ausrasten. Du musst doch nur einmal das machen, was da steht. Das ist weg oder so. Mensch, jetzt kann einer mal so ein Rüstungsbrecher oder so. Endlich. Wie viel Schaden machen deine Schläge? Die machen eine Menge eigentlich, 15, 16, 12 und dann zwischendurch immer auch noch 6 für 3, 2, 4, manchmal 5 Zahlen hintereinander oder so. Meine machen immer nur 14. Mit Doppel 9 zum Beispiel habe ich gerade gehabt. Kann das Viech bitte aufhören, wegzurennen? So, ich muss nur meine Waffe schärfen. Ja, ich muss das dann dauernd machen, gefühlt. Du haust hier auch die ganze Zeit nur auf den Boden, ich weiß nicht, was du da suchst. Das Viech ist gewendet. Und ich bin zu spät da. Ja, Teile geworfen. Versuchen wir mal auf den Schweif zu hauen, die brauchen wir auch noch. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Jetzt kann ich jetzt bitte mal bitte scheiß aufhören, danke. Das rennt schon wieder weg. Wohin? Das ist eine gute Frage. Solange es sich nicht heilt, ist mir halt eh all, wenn es wegfallen lässt. Wie es mich gerne hat gerade. Ja, komm doch bitte her. Komm doch bitte her. So. Alter, einfach, die kann doch hoch. Oh. Alter, mich hier. Trafen, Alter. Ja, Humpel, der ist fast down. Oh, Alter, der haut ja schon wieder ab, ey. Gib mal Frauenkriegs vor Ort. Neun Schaden. Ach, er schafft meine Waffe. Lauf, jetzt. Oh, hier sind wir. Wo ist die Freude? Ha. Wo ist es hin? Ah, hier ist es. No, danke. Hätte ich mit Steinen angeschmissen? Ja. Hör auf zu fliehen. Ach. Kannst du auch für mich zu schlagen, wenn ich hier hochklettern will? Sorry, dass es ausgewischen ist, weißt du? Mensch, jetzt nimm doch die Waffen weg, ey. Und. 13 Schaden nochmal ins Gesicht? Hör schon. Kite-Action? Nein, die Quest kann seit 10 Minuten vorbei sein, eigentlich. Das stimmt doch einfach. Oh. Es kann doch gar nicht mehr so viel haben. Immer nochmal nachtreten, dass es ja nicht healen kann irgendwie. Ja, aber jetzt sind es, weißt du, so fünfmal zwei bis drei Schaden immer nur. So, es ist blendend. Ja. Ah, 20. Ah, 24. Oh, fuck. Hör auf, auf den Stein zu schlagen. Hör auf, auf den Stein zu schlagen. Hör auf, auf den Stein zu schlagen. da war wieder 20 schaden hier macht er da ich diese move aber auch nicht unterbrechen kann sowas großes kaputt gegangen pute jahre das ist das fisch und wir nein 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 lass mich jetzt bin doch einfach rum verdammt ist nämlich ich schaffe doch nur meine steine will ich nicht ja es greift immer den stein an okay ich bin wieder ja endlich man könnte es auch fangen dann kriegt man mehr raus ja eine kulupferschuppe nur eine lederhaut ein schnabel was ein schnabel schnabel prachtfedern blut das haben wir Kräuter brauche ich nicht hoch hier polisch mehr so ich brauche noch Blut ja ja Blut ich bin jetzt okay wie man ja immer ein Buch liest weißt du als heldenhafte Abschlussgeste so mach ich nie mit so zielzerstörer zielzerstörer lebensexperte ja ich habe irgendwie die meisten Scheine kassiert aber bin einfach nicht gestorben Mh, na klar. Alter. Wo sind wir jetzt? Warum sind wir nämlich weg? Das ist eine gute Frage. Erneut oder was? Nö. Ich glaube, wir müssen zurückkreisen. Oh, okay. Okay, jetzt bin ich überfordert. Wieso? Oh. Hier, die Tante musste ansprechen. Und da kannst du auf Zurückkehren drücken. Ich hab's so gemacht, die besten mit mir. Zurückkehren. Yay, Ladescreen. Ladescreen. Immer wieder schön ein Ladescreen. Ja? Ja. Toll. So. Gleich nochmal rein, oder was? Ähm. Aber vorher guck ich noch, ob ich irgendwas jetzt machen kann. Wieder zur Schmiede wird zu kommen, oder was? Ja, nur ganz gut zur Schmiede. Und diesmal ganz ohne Ladebildschirm, weil keine Katze in dem Weg ist. Hm. So. Flugdrachendeterhaupt brauche ich noch. Zweimal. Viermal brauche ich. Okay. Viermal Flugdrachen, die damit. Ah. Das ist gut. Davon habe ich jetzt fünf. Das kann ich nicht machen. Und das dann habe... Das wäre natürlich geil. Oh, wir könnten dann nochmal ein Kulu... Naja, vielleicht auch nicht. Gut. Wie mache ich das hier jetzt? Möchtest du sie ausrüsten? Ja. Nee. Also müssen wir nochmal ein Kulu Kulu machen. Mal gucken, ob ich die Materialien dafür reinkriege. Knochenbaum. Da hätte ich irgendwie mehr Auswahl. Oh. So. Ist dumm. Was zur Hölle ist Affinität? Das war... Keine Ahnung. Was ich nicht sagen. Hast du einen Erdkristall zufällig bei so rumliegen? Ich weiß, ich glaube, du kannst mir das nicht mehr geben, selbst wenn du es wolltest. Wahrscheinlich, nö. So. Aber es gab hier irgendwie noch so eine Farmgedöns. Ich kann nur die beiden hier schieben. So. Ich weiß nicht, also willst du das Viech da noch mal klatschen oder wie? Ja, ja, warte. So. Aber rein theoretisch müsste man noch in der Entwicklung. Und was brauche ich dafür? Ich glaube, wir müssen da einfach nur ein bisschen höher kommen in der Hauptquest. Oh, okay. Na ja, gut. Und der Typ blinkt hier kritisch auch. Welcher? Ach, der Haupttypquest. Ja, gut. Wir können ja die Hauptquest jetzt einfach weitermachen. Nein, ohne Ausrüstung. So ein bisschen. Also, zwei, dreimal sollten wir das Ding echt noch töten. Wir haben zwei Rüstungen. Wir könnten unsere Rüstung verfünffachen. Das hört sich gut an. Na ja, gut, dann klatschen wir ja nochmal. Ich komme nur nochmal hoch zur Schmiede. Naja, kannst ja bei der Schmiede dann immer reingehen. Mal so. Ja, ich schwimm. Genau. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Zum Kotzen schlägt sich meine Ausrüstung. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Ich stelle schonmal was her. Mir fehlt noch eine Menge Lederhaut und Flugdrackenleder. Du willst dieses Kulo-Set bauen, ne? Ja, ja, das sieht zwar komplett bescheuert aus, aber was mir gerade. Sagt mir Rüstung als Kettenhemd. Frag einfach nicht. 2. 10. 11. 12. Vielen Dank.